Ihr Lieben, ich stehe hier in der neuen Dauerausstellung. Mein Name ist Jutta Mosterhoes, ich leite das Horst Jansen Museum. Wir haben was Tolles für euch vorbereitet. Es ist fertig geworden, aber leider konnten wir es nicht mehr eröffnen. Es ist eine Schau zu Leben und Werk von Horst Jansen und das Besondere, und das war mir sehr wichtig, wir vermitteln die druckgrafischen Techniken von Jansen, neu und anders. Und ich glaube, es ist sehr anschaulich geworden. Eine Radierung ist eine komplizierte Technik. Normalerweise findet man im Museum eine gerahmte Arbeit hinter Glas und dann muss man sich den Rest denken. Hier bei uns könnt ihr was anfassen, könnt kleine Druckvorgänge nachstellen und auch filmisch was erleben. Und das war uns und mir ein großes Anliegen. Und ich glaube, wir haben das gut geschafft. Freut euch, bleibt gespannt. Es lohnt sich.